so das sind wir wieder zurück okay rb drücken und zwar ziemlich schnell und zwar jetzt und wieder so jetzt habe ich den oder sind die kampf in der luft ich muss mich dabei konzentrieren schnell drücken das nicht hellig aus was für ein knall der ist auch jetzt am ende was für ein riese desto drei meter das ist unmöglich du bist tot du gehst nirgends hin keine seele darf diesen ort verlassen das ist verboten ich hab dich so unendlich sagt ich werde meinen rechtmäßigen platz im paradies wieder einnehmen deine und die sünden der menschen ebnen mir den weg dante sie sind der grundstein meiner rückkehr und alles was gut ist wird für alle zeit vergehen nicht so schnell ich habe auf dieser pilgerfahrt viele seelen gesammelt seelen die ich aus diesem inferno erlöste gemeinsam haben sie die macht mich zu befreien wir können sie beide nutzen du und ich mein freund stell dir vor was wir erreichen könnten das wage ich nicht ich kann dich wieder mit seiner beerdete ein gemeinsam werden wir über die drei königreiche des jenseits herrschen das wird nicht geschehen das wird nicht geschehen das wird nicht geschehen ein schnitt das wird nicht geschehen es wird nicht geschehen aber es wird nicht geschehen aber du Och, wie schön seine Frau Natürlich ohne BH Dafür haben die ja kein Geld Wie Adam und Eva Hüllenmenschen? Hä? Der sollte mal sein Brusthaare rasieren Lol Ich bin nicht gestorben Und habe nie gelebt Sag ich doch So, damit ist das Spiel beendet Ich bedanke mich auf jeden Fall Dass ihr mir zugeschaut habt Ihr könnt ruhig Kommentare schreiben über das Spiel Vielleicht eventuell Davon gibt es auf jeden Fall noch eine Fortsetzung Also Teil 2 Die ist aber noch nicht erschienen Aber ihr könnt mir ruhig schreiben Sobald es erscheinen sollte Ob ich das mal anzocken soll Als Let's Bear Vielen Dank meine Freunde Dann Tschüss Und dann Schöne Vielen Dank.